Am Anfang haben wir uns sehr schwer getan, ich glaube ich drei Tore und 15 Minuten sind einfach zu wenig. Ich versuche das zu machen, was wir können und weitergemacht, nicht irgendwie ablenken lassen. Nach der Halbzeit kommen wir gut raus, kommen wir gleich auf sechs, sieben Tore weg, das halten wir dann relativ gut. Das war jetzt nicht unser bestes Spiel, aber auch so Spiele, die gewonnen werden. Ich denke mal, der Hannes hat die richtigen Worte gefunden, viel mehr Tempo drin, wir sind einfach dann ins Rollen gekommen. Wie im Hinspiel schon, Cedric Schiefer ist ja glaube ich hervorzunehmen, ein super Spiel gemacht. Die jungen Kerle, die sind Woche für Woche auch jeden Tag im Training, trainieren teilweise doppelt, auch mal mit der zweiten Mannschaft. Die haben sich den Einsatz dann auch einfach verdient und dass sie handballerisch mithalten können, das haben sie hier auch heute gezeigt. Nicht nur der Nils, auch der Julian oder auch der Fabian Thor natürlich. Das ist einfach enorm wichtig auch für die Mannschaft, dass sie wissen, wenn da gewechselt wird, dass da nicht unbedingt ein Leistungsabfall da ist.